Schnelle Autos und ganz viel Spaß. Jeden ersten Sonntag im Monat findet ein Rennspaß für die ganze Familie im Race-Center des SRC Northland in Neumünster statt. Gefahren wird auf einer 35 Meter langen, sechsspurigen Carrera-Bahn. Auch eigene Fahrzeuge können gerne mitgebracht werden. Da komme ich dazu, weil ich für 2000 Carrera-Bahnen gekauft habe, also eine Anfängerpackung. Ich habe dann zu Hause auf dem Fußboden ein bisschen rumgerutscht mit den Autos. Dann hat meine Frau gesagt, geh doch mal in Hamburg vorbei, da ist so eine richtige Bahn, da kannst du richtig mit den anderen Jungen spielen. So bin ich dann dabei geblieben und weil hier in Neumünster die schöneren Autos gefahren werden, bin ich dann irgendwann hier in Neumünster gelandet. Die Fahrer sind immer auf der Suche nach neuen Mitstreitern und interessierten Carrera-Fans.